Ja, servus Leute. Ich muss mal wieder meine Aufgabe als Hiob erfüllen und euch leider eine schlechte Nachricht in Sachen Ladepreise für Elektroautos an öffentlicher Ladeinfrastruktur überbringen, denn Allego hat jetzt eine Preiserhöhung für den 01.01.2022 angekündigt. Folgende Nachricht hat Allego jetzt auf der eigenen Internetseite geteilt. Ab dem 01.01.2022 gelten an unseren Ladestationen europaweit neue Tarife. Nachfolgend haben wir die Änderungen zusammengefasst. Leider trifft auch uns der enorme Strompreisanstieg in ganz Europa. Das ist sicherlich nett von der Hand zu weisen. Obwohl Allego festhält, dass das schon seit geraumer Zeit zutrifft, haben sie bisher auf Preiserhöhungen verzichtet. Sie berichten auch darüber, dass nicht alle Länder davon bzw. nicht alle Ladestationen betroffen sind. So bleibt zum Beispiel der AC-Ladetarif in Belgien gleich, der Schnellladetarif sinkt sogar etwas laut Allego und in den Niederlanden gibt es ebenfalls keine Preisveränderungen. Dann teilt Allego noch mit, dass es keine Transaktionskosten bei Zahlungen per Debit oder Creditkarte gibt. Und Allego unterscheidet zukünftig zwischen Schnellladestationen, die bis zu 50 kW Ladeleistung zur Verfügung stellen und solchen, die mehr Ladeleistung ermöglichen. Und hier sehen wir dann die entsprechenden Tarife und wir sehen auch hier die Unterscheidung. In Deutschland liegt der zukünftige AC-Ladepreis bei 43 Cent je Kilowattstunde, der Schnellladepreis fürs Laden an 50 kW Schnellladestationen bei 65 Cent je Kilowattstunde und bei den Ultra-Fast-Charging-Stationen bei 69 Cent je Kilowattstunde. Und bisher lagen die Preise bei 59 Cent je Kilowattstunde für Schnellladen. Das habe ich extra nochmal in der App nachgeschaut. Wir haben also im Bereich der Ultra-Schnelllader eine Preissteigerung von knapp 17 Prozent. Ja, weiter werden will ich das gar nicht, weil Fastnet hat die Tarife ja auch entsprechend erhöht. Ionity ist schon eine ganze Zeit teurer. Man muss jetzt mal abwarten, ob EnBW sich da auch wieder anschließt und die Preise anzieht. Und ja, die Spirale dreht sich also weiter, ist ja für die Verbrenner-Kollegen auch nicht anders. Auch dort werden die Preise an den Tankstellen immer teurer. Ja, es kann sich glücklich schätzen, wer zu Hause laden kann, PV-Anlage am Dach hat und noch einen halbwegs vernünftigen Stromtarif sein Eigen nennt. Dann ist man von diesen Preissteigerungen zumindest im Moment noch nicht ganz so stark betroffen. Und natürlich gibt es auch immer noch Anbieter, die im Rooming günstiger sind. Also zum Beispiel per EnBW-App oder auch per Maingau-App lädt man bei Allego immer noch günstiger. Das sollte man auch nicht ganz vergessen. Ansonsten soll es das für dieses Hiobs-Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist ja wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video. Bis zum nächsten Mal.